Etwas ist geschehen, es geschieht immer noch, es ist verbindlich, es war in der Nacht und es ist jetzt am Tag, jetzt erst recht. Wer war wer? Ich war in ihr und sie war um mich. Wer auf der Welt kann von sich behaupten, er war je mit einem anderen Menschen zusammen? Ich bin zusammen. Kein sterbliches Kind wurde gezeugt, sondern ein unsterbliches gemeinsames Bild. Ich habe in dieser Nacht das Staunen gelernt. Sie hat mich heimgeholt und ich habe heimgefunden. Es war einmal. Es war einmal und also wird es sein. Das Bild, das wir gezeugt haben, wird das Begleitbild meines Sterbens sein. Ich werde darin gelebt haben. Erst das Staunen über uns zwei, das Staunen über den Mann und die Frau, hat mich zum Menschen gemacht. Ich weiß jetzt, was kein Engel weiß.